Am 29. Jänner wählt also Niederösterreich einen neuen Landtag. Und Johanna, ich glaube, wir haben einen spannenden und abwechslungsreichen Wahlkampf erlebt. Ja, lieber Benjamin, das kann man so sagen. Es war sehr spannend. Ich glaube, alle Parteien konnten die letzten drei Wochen ihren Wählerinnen und Wählern mitgeben, was sie die nächsten fünf Jahre so vorhaben. Jetzt kommt der Wähler zu Wort. Und an diesem Wahltag wird Donaukanal ab 15.30 Uhr live aus dem Landhaus in St. Pölten für Sie dabei sein. Wir freuen uns auf Sie auf Donaukanal TV.